Ja, Tom und Bill Kaulitz, wovon Bill jetzt Marc Eckers geküsst hat. Ja, wow, Marc, wie war es? Erzähl mal. Und ich hätte doch lieber, ich hätte doch lieber dann, ja, der Mond scheint übrigens hier romantisch, ich hätte doch lieber dann Heidi nochmal gefragt, ob sie noch einen Kuss haben möchte. Ja, aber ich glaube, Tom würde das nicht wollen, oder Tom? Ja, das sind so Fragen hier auf meinem Channel, die kann ich ganz gerne stellen. Und die begeistern euch ja auch. Ich meine, die Wiesen, Oktoberfest, es ist was los, es wird viel Bier getrunken, da kann man schon mal in die Kusslaune kommen, ne? Das dachte sich Tom, nee, Bill, Entschuldigung, Bill, es sind ja zwei Brüder, Bill dachte sich das auch, bleib hier, warte kurz. Ja, bin gerade mit dem Hund draußen, der will auch nochmal seinen Gassi gehen. Aber Bill dachte sich so, jetzt Marc Eggers, oder hat er ihn verwechselt? Hat er ihn wirklich verwechselt? Dachte nicht, dass Marc das ist, sondern hat er ihn sich schön getrunken und hat er ihn deswegen geküsst? Das sind Fragen über Fragen, die hier auf dem Channel kommen. Von mir persönlich. Marc, erzähl es doch. Wie war der Kuss? Habt ihr euch wirklich geküsst? Oder war das nur Fake? So wie so ein Filmkuss, so. Ja, ich kann es mir alles vorstellen. Aber wie gesagt, hier ist es romantisch, hier ist eine Lampe an, hier ist Licht, ich schaue in die Sterne, der Mond scheint, was will man mehr? Und der Kuss, der war sicherlich nicht so romantisch, wie hier jetzt ein Kuss stattfinden würde. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr euch sicherlich nicht zum letzten Mal geküsst habt, oder? Aber ganz ehrlich, ich würde Heidi vorziehen. Bis dann. Tschüss.